Ich wusste, dass das passieren würde. Wir hätten sie warnen sollen. Wir können sie immer noch retten. Da los! Was ist los? Ist es das Imperium? Ich weiß nicht. Käpt'n, schick dein Sicherheits-Team in Hangar 7. Schick dein Sicherheits-Team in Hangar 7. Ich bin dabei. Proxy? Master? Ich dachte, du wärst tot! Oh, das ist keine lange Geschichte. Käpt'n Eclipse und Senator Organa fanden nicht auf. Wo ist Juno? Ich weiß nicht. Die Imperialen haben sie in Richtung Deck 7 gebracht. Zur Startrampe. Befehl zum Angriff, General! Master! Wie ist die Lage, General? Ein Kopfgeldjäger bringt Juno zum Hangar. Wir haben den Kontakt zu der Sektion des Schiffes verloren. Scheinbar wird dieser Kopfgeldjäger von Eliteeinheiten des Imperiums begleitet. Modelljäger von Klavier-Teil Cup Wir stehen noch mit einem Schiffschiff. Ja. Ich weiß nicht. Schiff. Ich weiß nicht. Sonne. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Kommt. Ich weiß nicht. Was in aller Galaxis ist das? Nimmt das Ding weg! Lauft um euer Leben! Lauft um euer Leben! Hm. Hm. Ah! 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 GENERAL, ich kenne diese Droiden! Vader entwickelt sie auf Kamino! Warnt eure Leute! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020